Bei Protesten nach dem Urteil gegen den Greml-Gegner Alexei Nawalny sind am Dienstagabend mehr als 1400 Menschen festgenommen worden. Das teilt die Nicht-Regierungsorganisation OWD-Info via Twitter mit. Allein in Moskau hat die Polizei 865 Protestierende in Gewahrsam genommen. Rund zwei Wochen nach seiner Rückkehr nach Russland war der russische Oppositionelle zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Nawalny habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, heißt es zur Begründung. Die Anwälte des 44-Jährigen kündigen umgehend Berufung an. Das Verfahren hat als politisch motiviert gegolten. Seine Vertrauten haben nach dem Urteil zu weiteren Protesten in der Hauptstadt aufgerufen. Bereits während der mehrstündigen Gerichtsverhandlung hat die Polizei am Dienstag immer wieder Menschen gewahrsam genommen. Auf der Webseite von OWD-Info konnte die Zahl der festgenommenen mittels Live-Ticker verfolgt werden.